Wie zu erwarten war. Ha, da eigentlich. Ist noch Nacht draußen, der Auge? Ja. Ich würde sagen, dann gehen wir mal wieder in die Mine her. Da haben wir sonst nichts zu tun. Hier ist einfach immer zu-macht. Ich hab's nicht zugemacht diesmal. Das war ich diesmal nicht. Ach, ich sollte mir vielleicht diesmal wieder eine Spitzhacke mitnehmen. Und ich sollte ein paar Fackeln machen. Ich mach schon Fackeln. Ich hab 32 jetzt gerade. So, äh... Ach, Eier mach ich morgen. Also, gleich, nachher, wie auch immer. So, äh... Äh... Geh weg. Nein! Nein, Zombie oder sowas. Ach du eh. Ich seh irgendwas... Ach ne, doch nicht. Haben wir eigentlich jetzt was zu futtern? Äh... Immer noch nicht. Äh... Ah, stirb! Äh, ein Apfel. Ich habe einen kleinen Zombie getötet. Ein Baby-Zombie? Ja. Sehr gut. Nicht mal XP geben, die Mistviecher. Oh, ich hab Lapislazuli gefunden. Und Gold. Ich find das immer noch einen totalen Zungenbrecher. Lapislazuli? Ja. Und ich hab ne Spinne gefunden. Lalalalalala. Wo bist du denn? Ja, das ist ne gute Frage. Guck, ob ich deinen Namen irgendwo seh, da. Ja, wie bist denn du da hingekommen? Mit wem sprichst du gerade? Mit mir? Ja! Mit dir. Ich bin halt hier die Mine runtergelaufen, äh, gegangen. Ach ja. Äh... Wohin? Ich will nicht alleine laufen. Ja, ich überleg, ich überleg gerade. Ha! Das... Hier könnte es sein. Pole. Diamanten? Lapislazuli. Ich glaube, das waren Diamanteinen. Das ist ein Diamant. Oh! Das ist schick. Ja, aber den können wir nicht abbauen. Haha. Geht hier auch noch mit Eisen. Ja. Ich mag doch nicht alles dunkel. So, wo seid ihr denn? Redstone. Na, kann ich auch nicht abbauen. Da ist Eisen. Da ist Lapislazuli. Noch mehr Eisen. Ei, 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 ei. Äh. 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 Was macht ihr? Da läuft sie mir durchs... Da läuft sie mir durchs Bild. Ach. Ei, 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 ei. Da läuft sie mir mitten durchs Bild und... kurz bevor es abgebaut war... Bumm. Ende. Oh. Entschuldigung. Jaja. So. Hat einer mal auf die Uhr geguckt, wie lange wir schon aufnehmen? Nein. Ei, 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 ei. Wenn dein Rechner runterfährt, weil die Festplatte voll ist, dann war es zu lang. Ich glaube, der fährt nicht runter, weil die Festplatte voll ist. Ach, bestimmt. Ja, ich glaube nicht. Hast du das grundlegende Konzept, glaube ich, nicht verstanden hinter der Festplatte voll? Hier ist irgendwo wieder ein Zombie. Wo ist es hin? Ich weiß es nicht. Ah! Zombie! Stirb! Ja, ich mach das schon. So. Warte, wenn ich die Zombies alle alleine töte, warum hab ich dann Angst? Ja, das weiß ich auch nicht. Das weiß keiner von uns, glaube ich. Ich glaube, ich geh mal in der Lava baden. Das wäre kontraproduziert. Könntest du bitte vorher alle Sachen noch rauslegen? Wie, meine 20 Diamanten meinste? Ja. Wie, die Gecheateten? Ja sicher, was sonst? So, die Frage ist jetzt, wo geht's hier wieder raus? Ja. Okay. Dennis? Ja? Soll ich dich abholen? Ja, bitte. Ich bin da gerade das Wasser hochgeschwommen. Da war das Gold? Okay, dann ging's nur hier raus. Ja, aber hier ist noch Eisen, weißt du? Ach so. Ach, dieses schimmernde Lava-Gedöns auf dem Wasser. Schön. Oh Gott, wo kam dieses Geräusch her? Habe ich mich jetzt erschrocken. Oh, Eisen. Das ist Gold. Das ist Gold. Ja, ich seh's bei den Lichtverhältnissen nicht. Sieht gleich aus. Nicht schlimm. Ah, hier hinten müsste aber noch irgendwas sein, ne? Was? Wie, wo? Bestimmt. So, ich geh mal wieder raus, ja. Hier unten war der Lava-See. Ach so, ja dann. Ah, ja, 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 ja. Wird hier auch nichts mehr sein. Und wer hat hier eigentlich... Oh, wieso ist unsere Tür nicht in da drin, sondern... Äh. Ups. Warte kurz. So, ähm, was wollte ich denn? Das Eisen schmelzen, genau. So, jetzt ist es safe. Jetzt bin ich safe? Wirklich? Wow. Sollten wir vielleicht wieder zurückgehen, aber finden wir nicht mehr zurück. Oh Gott. Du baust das ja unter meinem Hintern alles ab. Ja. Könnte aber sterben. So. Äh. Wie war das, wie war das? Tu mal einmal... Ups. Naja, funktioniert nicht. Was machst du denn? Oh. Geh mal weg da. Lass uns mal abhauen. Sicher ist sicher. Hier. Ja, hier müssen wir aber lang. Ja. Draußen dürfte es doch langsam wieder hell werden. Ah, ich verreckt schon wieder. Nein! Nein, nicht verrecken! Ähm. Ähm. Ja. Äh, Creeper! Ich will hier weg, ich will hier weg, ich will hier weg. Hilfe! Ach, da ist der. Es geht langsam die Sonne wieder auf. Ah, hat der uns gesehen? Ja, der hat uns gesehen. Glaube ich. Hm. Es geht langsam die Sonne übrigens wieder auf. Äh, oder der Mond runter. Ich bring da mal einen Creeper mit. Ähm. 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 Ne, ich glaube hier sind wir falsch. Jenny. Hä, hier war doch irgendwo, wir müssten doch hier irgendwo hoch, wo hier ein Smaragd gewesen ist. Creeper! Ähm. Ich würde sagen, der hat bumm gemacht, aber halt nicht viel hoch. Der hat nur einen kaputt gemacht. Nice. Äh, hast du den Weg nach oben wieder zugemacht? Nein, hab ich nicht. Ach, hier. 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 Ich hab irgendwo mal Birkenholz hingebaut, äh, wo es hoch geht. Jaja, wir haben es gefunden. Juhu! Ist es hell dran? Wir? Ich hab's gefunden. Also so, so fast hell. Die Zombies brennen schon. Okay. Es hat mich gerade erschreckt, als ihr da in der Kiste gegangen seid, ey. Juhu! Ich dachte jetzt kommt gleich, was weiß ich, um die Ecke. Jetzt kommen die Zombies, die die Kisten aufmachen. Ja, ich war halt in völliger Konzentration hier so und dann macht das auf einmal komische Geräusche. Oh, es schweigt vielleicht. Also wir könnten... Na toll, jetzt hab ich vergessen, was ich sagen wollte. Wir könnten... Ja, vergessen. Wir könnten vergessen. Nice. Wir könnten... Wieso sind hier Schafe drin? Hast du die da reingetan? Nein, hab ich nicht, aber man kommt ja von außen rein, oder nicht? Äh, im Wasser springt übrigens noch ein Creeper rum. Wollte ich nur mal Bescheid sagen. Ah, den krieg ich. Und warum ist das Tür hier auf? Immer schließen. Komm schon, Creeper. Komm schon, Creeper. Komm schon, Creeper. Creep, Creep, Creep. Ist es möglich, dass er nicht Bumm macht und wir das Schwarzpulver davon bekommen? Wir können es versuchen, ja. So. TNT, ich komme. Yeah. Boom. Okay. Also, ich, ich freue mich jetzt nicht so darüber, aber. Juhu! Hahaha. So. Ach, ist das schön hier. Hab ich noch irgendwie einen Samen? Ja, ich hab noch einen Samen. Ich gehe jetzt mal wieder auf die Suche nach Hühnchen. Gut. Hühnchen, 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 Hühnchen. Da ist ein Hühnchen. Mein Hühnchen. Hey. Na toll. Komm mit. Gut. Da tötet sie es einfach. Natürlich. Es hatte kein Überlebenschance. Nein. Wie gemein. So, und ich kümmere mich weiter hier um die Kornproduktion. Hey, ein Schweinchen und noch ein paar Hühnchen. Wie wäre es, wenn wir die alle erst mal mitnehmen, irgendwo einsperren, die füttern und dann töten? Ja, klingt wie gut. Klingt wie gut. Klingt wie gut, ja. Klingt wie ein Plan, wollte ich sagen. Klingt wie gut. Klingt irgendwie gut. Dafür brauchen wir, dafür brauchen wir, für Schweine brauchen wir Karotten. Und für, ähm... Kühe brauchen wir, glaube ich, Korn. Kühe brauchen wir Weizen. Und für Schafe auch Weizen. Für Schwafe. Für Schwafe. Für die Schwafe brauchen wir auch Korn. Ich glaube, du hast zu viel getrunken heute. Ich habe eindeutig zu viel Orangensaft getrunken, ja. Ja. Mit Korn. Was? Nee. Mit Weizen. Oh nein, meine Axt ist kaputt. Ich brauche eine neue Axt. Putt, 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 putt. Ich bleib jetzt einfach mal stehen. Vielleicht kommt es ja irgendwann auf die Idee und folgt mir wieder. Nein. Das hat keine Lust. Anscheinend. Wir müssen uns dann irgendwann mal auf den Weg nach einem NPC-Dorf machen, ne? Also gucken nach einem NPC-Dorf. Ja. Ja. Irgendwann. Irgendwann. Ja, sonst können wir keine Schweine züchten. Ja, das stimmt. Oder wir finden vielleicht ein richtiges Dungeon und können damit dann... Und so weiter und so fort, ne? Ja, so Kiste und, ne? Ja, genau. Ich glaube, ich sterbe jetzt wieder kurz, bevor ich hinten bin zum Futtern. Nein! Nicht sterben, wo bist du denn? Ich laufe gerade in unser Haus rein. Ich hätte hier rohes Fleisch geben können. Ich habe ja gehofft, dass hier noch ein paar Äpfel von den Bäumen fallen. Könnte ja noch. Ich glaube, hier auch noch was ab. Ja, ich brauche da nur eine neue Axt. So, ich habe mir aus dem Toaster was rausgenommen. Aus dem Toaster? Ach so, das habe ich da reingetan, ja. Ne, aus dem Rechten, da habe ich was reingetan. Ich hatte nämlich auch noch was. Aber natürlich habe ich mein Hühnchen verloren. Hey, ein Apfel! Hühnchen! Hier, im Wasser. Ja, ich habe hier eins. Komm zu Papi, komm zu Papi. Willst du das hier nicht auch gleich mitnehmen? Ja, ich versuche jetzt erstmal eins da noch rüber zu ziehen. Du kannst ja schieben. Nee, das mögen die nicht. Oh, ein Apfel! Na doch, guck mal, der, der, der plattschelt hier rum, der freut sich. Bist du glücklich? Ja, ne, ist glücklich. Springst du jetzt auch so hoch? Komm, spring hoch. Na? Spring hoch. Spring hoch. Bock, bock, bock. Ja, geschafft! Und jetzt geh weiter. Und das? Also, ich habe es dann irgendwann mal am Ziel, ne? Yay, noch ein Apfel! Äh, wo du es hin? Ach, ich töte dich jetzt. Das arme Hühnchen. Hm, wie kriege ich das jetzt hier rein? Toll, eins rein, das andere raus. No. Hier keine Äpfel mehr runter. Hast du die schon alle eingesammelt, ne? Ich habe gerade zwei Äpfel eingesammelt, ja. So. Apfel, die. Schnipp. Dann schnippeln wir mal an den Schafen rum. Schnipp. Ob die das so glücklich machen, geht, dass du an den rum schnippelst? Ah. So, wir haben jetzt drei Schafe und zwei Hühnchen in unserem Gehege. Also, was man so Gehege nennt. Du meinst, äh, dieses, äh, etwas? Ja, dieses, dieses monströse, äh, Scheißhaus. Oh, da ist ein Schwein. Schwein, bleib da stehen. Ich komme, zu dir. Ich töte dich, soll es heißen, nehme ich an. Das wollte ich so nicht sagen, äh, aber du könntest ungefähr recht haben. Wir bräuchten hier drin noch eine Leiter. Ähm. Genau, deswegen. Was? Was macht ihr schon wieder? Nein, Hühnchen! Hühnchen weg. Hühnchen! Ich war das nicht? Nein! Wollte ich jetzt sagen? So. Eine Leiter willst du haben? Ja. Kriegst du aber nicht. Will ich aber. So, jetzt haben wir drei Hühnchen und drei Schafe hier drin. Ich frage mich immer noch, wie wir die Schafe da reingekriegt haben, aber das ist mir herzegal. Ja, die Schafe sind, glaube ich, einmal selber reingeklettert. Die liefen vorher vor unserem Haus rum und dann war eins da auf einmal drin. Und dann habe ich das andere gedacht, hey, ich komme mal hinterhin. Von der einen Seite kommt man ja rein, deswegen, also. Ja, jetzt von zwei Seiten. Ich habe auf der anderen Seite auch so ein Ding gebaut. So, also wenn ihr Wolle braucht, wendet euch vertrauensvoll an mich. Ich habe eine Schere. Und dann? Wie bei uns in der presen Augen drauf. Alles klar.